Ja, die Customer Journey ist ein Begriff, der entstanden ist, in dem Zuge, dass sich die Unternehmen immer mehr halt auch mit ihren Kunden beschäftigen müssen und man sich dann überlegt hat, an welchen Stellen kommt der Kunde eigentlich an unserem Unternehmen vorbei. Wenn wir uns überlegen, dass es eben nicht immer das Ladengeschäft in der Fußgängerzone ist, wo der Kunde dann irgendwann vorm Schaufenster steht und ich kann ihn sehen und kann ihn begrüßen, sondern ich bin ein Unternehmen, was irgendwo eine Produktionseinheit hat, was gar nicht den Endkunden direkt sieht, muss man sich die Frage stellen, wann wird der Kunde eigentlich auf mich aufmerksam, kann er mich im Internet sehen, trifft er irgendwann einen Vertriebler von mir, treffe ich diesen Kunden möglicherweise als ganz normaler Mitarbeiter auf der Straße. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, auf den Kunden zu treffen oder dass der Kunde an uns vorbei reist, deswegen Customer Journey. Dann ist die Frage, sich zu überlegen, wie kann ich den Kunden genau in diesem Moment ansprechen? Also wo würde ich ihn treffen und wie spreche ich ihn an? Weil sehr spannend ist, mit dem Kunden halt im Austausch zu sein und den Kunden für mich zu begeistern oder letztendlich an das Unternehmen zu bringen, bis an die Stelle, dass er dann irgendwann auch mal Lust hat, bei mir was zu kaufen und letztendlich das Produkt, was ich ihm anbiete, dann auch ein Stück weit hinterher zu nutzen und mir dann sogar hinterher auf der weiteren Reise seiner Nutzung im Zweifelsfall Feedback zu geben. Also das heißt, ich kann den Kunden von einer Situation, dass er das Unternehmen möglicherweise noch gar nicht kennt, aber einen gewissen Bedarf verspürt, ein Elektronikprodukt oder ein Sportprodukt oder sonst irgendwas zu kaufen, kann ich ihn versuchen schon zu erreichen. Dann ist es eher mal relativ anonym im Internet, aber dort ist der Kunde möglicherweise und da muss ich mich fragen, wie komme ich da ran? Bis hin zu dem Thema, dass der Kunde wirklich irgendwann vor mir steht und ich kann ihn wirklich ansprechen, ich kann mit ihm reden und dann ist die Frage, wie mache ich das, wie organisiere ich das? Das heißt, die Customer Journey sind eben halt die sogenannten neu modernen Touchpoints, an denen das Unternehmen mit dem Kunden zusammentrifft und mit dem Kunden in einen aktiven Austausch treten kann.